Die haben alle Bock. Dann muss ich hier das Aquädukt weiterbauen. Und dann hier, wie gesagt, das Badehaus. Das ist gleich fertig. Gibt's neue Modes? Es gibt neue Modes. Boden. Boden. Auf Twitch, meinst du? Also, warte mal, muss ich mal gucken, Sekunde. Ich kann nicht runterzoomen. Ich kann nur den hier einschreiben. Bisschen traurig. Egal. Egal, egal, egal. Ejo, ich krieg wieder Plusbewohner. Sehr, sehr gut, sehr, sehr. Okay, ich werd gleich wieder verlieren, aber ich hab grad gute Plus, gut Plus bekommen. Ich hab sehr gut Plusbewohner bekommen. Okay, ich muss die Steuern wieder etwas senken. So bleibt es auf 52. Das ist gut. Gut, ich glaub, ich glaub, ich hab mich gefangen. Ich glaub, ich hab mich gefangen, oder? Gut, ich müsste mich gefangen haben, tatsächlich. Einfach anders wie die Mose, denn du bist ganz, ganz krank. Die Frage ist, ich hab nicht genug Arbeit dafür, aber gleich, gleich müsstet ihr glücklich sein. Ich vermute mal, ist er ein Brunnenmeister. Da sag ich mich hier hin. Sehr schön. Okay. Jetzt müsstet ihr deutlich glücklicher sein. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Wir sind von Twitch. Die ganzen realen Emotes von Twitch. Extremst komisch, aber ich schreib dir das auch. Also auf kopiert, weil ich so klug bin. Gut, okay, ihr freut euch wenigstens etwas. Ihr seid gut gelaunt. Das ist ja schön. Das ist ja gut. Steinbruch muss ich da noch höher packen. Gut. Na, okay, ich hab mich gefangen. Ich hab mich gefangen, tatsächlich. Sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Die Sache ist, ich muss halt nicht die Aufrüstung, also die militärische Aufrüstung vernachlässigen. Die werden ja auch immer stärker, die Feinde. Majestät, wir verlieren immer noch eine überschüssige Nahrung. Okay, ich baue ja Getreidespeicher. Ja, die First haben zu viel Holz produziert. Wir brauchen mehr Lager, okay. Ja, wir haben ja Ballisten und so. Das haben wir alles. Ist ja kein Ding. Ähm, ich soll mich auch mal bald in den Waffenkammer, etc. Kommen, was bringen die mir alle? Ich muss mal gucken. Hier. Lasst euch jeden Tag ein großes Fest mal schmecken. Das bringt mir aber im Endeffekt nichts, oder? Wenn ich so Plane vorhersche, dann kann ich es nicht mehr sagen. Also, Waffenkammer habe ich schon im Ziel. Ja, das kann ich auch gebrauchen, aber noch nicht jetzt, noch nicht jetzt. Ich kümmere mich erstmal darum, dass ich einen Bardoz habe, das läuft. Damit ihr etwas glücklich seid. Äh, ne, warte mal. Dich brauche ich gar nicht. Du musst nicht im Betrieb sein, das wäre Arbeiterverschwendung. Also Arbeitsverschwendung. Ist der Betrieb? Äh, ja. Okay, das ist sehr gut. So, kriege ich auf jeden Fall mehr BewohnerInnen. Kann ich mich nicht beschweren. Ich muss auch neue Häuser bauen gleich, ne? Gut, ich habe mich tatsächlich gut gefangen. Ich habe mich gut gefangen. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Nein. Das Haus und was könnte ich hier bauen? Noch mal eine Taverne oder eine Bibliothek, ne? Ich würde hier noch eine Bibliothek bauen und dann dort und dann hier nochmal irgendwo eine Taverne. Ich bin eigentlich ganz gut gerade drinnen. Ich bin gerade ganz gut drinnen. Bin ja selber live bei. Okay, Kuguskeks. Ciao. Viel Spaß im Stream. Äh, bin der einzigste Mensch, der mit, äh, kurzer Hose in den Pool geht. Das ist witzig. Hä? Nicht in Badeklamotten? Mit Hose? Was ist denn los mit der Linder? Ja, aber so ein Pool wäre auch nice, ne? Der Kuguske ist ja auch, das wäre ein Träumchen, so ein Pool. Ein absolutes Träumchen. Okay, ich muss mich etwas... Okay, warte mal. Schmiede. Ihr seid nicht besetzt, ne? Schmiede müssen auch wieder besetzt werden. Mh, so. Ich weiß gar nicht, Alter, ist gar nicht das allerspannendste. Spannendste. Aber ich denke, ist eigentlich okay. Danach kommt, glaube ich, Plane Coaster zum Streamen. Ich muss gucken, was ich, was ich bringe. Ich werde es sehen. Na, Jogging-Mood? Also, das ist ganz weird, Linder. Das ist ganz, ganz weird. Das ist einfach ein komischer Mensch. Hier sind viele Leute drin. Ihr wart, Alter, ist ja schön. Ich schicke dir vor, damit du nice bist. Ja, wisst. Okay, da bin ich wohl komisch. Darauf können wir uns einigen, Linder. Du bist komisch. Einfach, das ist einfach extrem komisch. Was könnte ich hier? Na, muss ich, kann ich später machen. Aber ich habe mich tatsächlich gut gefangen. Das freut mich. Ich würde die Störung tatsächlich sogar noch einmal erhöhen. Also, bis kurz vor dem Wikingangriff, damit ich, damit ich mich bis dahin extrem, also, damit ich bis dahin gut Geld anschäffen konnte. Ich habe mich noch nie gehört, krass. Und Linder weint. Es verdient. Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ähm, hier würde gut passen, ne? Zack. Sehr schön. Ich habe mich gut gefangen. Das freut mich. Das freut mich tatsächlich sehr. Nahrung geht auch. Es geht gerade alles gut klar. Es geht gerade alles gut klar. Schmiede, seid ihr voll besetzt? Ja. Ja. Ich wollte doch noch eine Schmiede errichten. Schmiede, Schmiede, Schmiede. Nein, das ist ein Metzger. Ich bin lost. Hier gibt es noch eine Schmiede. Ne? Oh, es läuft. Geiler City. Aber wenn ich wirklich heute alle Aufgaben schaffe, dann würde ich extremst der Wild, Linder. Wild. Ich finde mich immer so dumm, wenn ich Facecam so etwas machen muss. Ich habe genug Kölner, da könnte ich ein paar ausschalten. Ich habe schon mal 6 Arbeiter plus gemacht. Der Friedhof läuft halt schon sehr gut. Also die bringen hier die ganze Zeit nur Tote hin. Also von überall bringen die Tote hin, aber läuft. Wollen wir mal gucken? Guck mal, wie die hier hingebracht werden. Guckt euch das an. Oh nein, er ist tot. Oh nein, ich habe einen Grabschein geplaced. Wir werden sehen, ob er überfüllt wird. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gleich geht es euch gut. Was habt ihr denn euch? Die Pest. Scheiße. Ich habe keine Ärzte an, oder? Habe ich die Ärzte an? Ich habe die Ärzte nicht angehabt. Ich bin so lost. Ich bin so lost. Verdammt. Okay, also wenigstens. Das ist sehr, sehr gut tatsächlich. Und ich bräuchte etwas mehr Obst. Testplaner mache ich auch mal hoch. Ne? Nehmt komischen, please den Mode. Also komischer Mode, nehmt please. Ja, ich weiß, dass ihr traurig seid. Das ist doof. Aber mir egal. Ich habe immer noch genug Kölner. Gut, die Wikinger kommen. Ich muss jetzt schon am besten die hinpacken, damit er in die Türme rechtzeitig reinkommt. Dann will ich jetzt erstmal große finanzielle Ausgaben haben. Naja. Zack, zack. Okay, gleich kann ich das Projekt auch abschließen. Okay, ich muss mal gucken. Also ihr seid alle traurig wegen der Pest, ne? Okay, wir gehen gegen 67 tendiert es wieder. Sehr schön. Machen wir etwas höher. Ich will mal gucken. So, wo seid ihr denn? Okay, ihr lauft von hier. Also ihr seid hier. Ihr seid echt tapfere Krieger. Ja, bin ich ehrlich. Und ihr seid... Okay, ihr seid schon drinnen. Uh. Und ihr... Anstatt, dass die Leute von hier einfach hier reingehen, ne? Das ist halt... Naja, egal. Aber die Wikinger sollte ich dann tatsächlich vernichten, schlagen können. So hoffe ich es zumindest. Und ihr werdet wieder glücklich. Das ist auch gut. Sehr, sehr, sehr gut. Ich habe immer noch genug Kölner. Was ist denn los, Digga? Läuft gerade sehr gut. Und das Projekt ist auch gleich abgeschlossen. Und ich würde mich dann tatsächlich darum kümmern, dass ich noch mehr Stein kriege. Kann ich gerade. Ja, 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 ja. Ist. Habe ich immer noch genug Kölner? Ich glaube, ich habe immer noch... Ich schreibe mir auch... Ich schreibe mir auch den hier ab. Ich werde es sehen. Gut, jetzt greifen die Wikinger an. Aber das sollte kein Problem sein. Hoffe ich zumindest. Äh, hier kommen die nicht an der Zeit. Dann würde ich das hier auch noch abhacken. Sekunde. Relsenentfernung. Zack. So, Wikinger, wo seid ihr denn? Okay. Keine Golems. Ihr schießt gleich. Ja, oder? Wie lange streamst du? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwann... Ich fühle sich keine Lust mehr ab. Es wird nicht mehr allzu lange. Also ich denke wieder immer zwei Stunden. So um den Dreh. Ich werde es sehen. Und hier kommen auch ein paar böse Buben. Da bin ich ja relativ sicher. Äh, dort sind sie schon an Land gegangen. Geht ja. Geht. Sollte kein Problem sein. Warum? Warum sterben? Achso, wegen der Pest hat er alle verreckt, ne? Hm. Ungünstig. Sehr ungünstig. Egal. Hier müsste ich auch eine Verteilung hinbauen. Und eine bessere. Ja, das kommt später, Alter. Das kommt alles später. Ich habe wirklich tatsächlich immer noch genug Köln, Alter. Was ist los? Was ist da los? Den Betrieb hier auch einstellen. Ich habe keine Arbeiter, ne? Der Bauarbeiter habe ich, soweit ich das beurteilen könnte. Oder? Bauern, Bauarbeiter, Bäcker, Bauarbeiter. Wo seid ihr denn? Na doch, Bauarbeiter habe ich genug. Sehr schön. Wie seid ihr denn, Wikinger? Ihr seid, solltet ihr, eigentlich solltet ihr halt schon vernichtet werden, ne? Oder worden sein. Okay, hier sind noch ein paar. Easy. Nein. Wie seid ihr, es üb an notre am Rebecca. vàoупacht aufräumlyt.